Moin Leute da bin ich bei der Taxi Borussia heute mit dem dritten Teil der Spielkarten im Hintergrund seht ihr schon wo die erste Karte für heute ist gehen wir mal schnell hin holen sie ein haben wir schon Lanzen gefunden ja würde ich sagen gehen wir mal zum nächsten Standort hier angekommen ist wieder in dem Laden drin ich zeige euch das auf der Karte wo ihr hinmüsst das ist hier unterhalb des Flusses da und dann gehen wir mal in den Klamottenladen rein holen uns die nächste Spielkarte ab da oben auf dem Karton so und schon haben wir 20 Karten fertig da waren es nur noch 34 also ab zum nächsten die nächste ist hier oben in dem Haus in den Bergen ich markiere euch das jetzt noch damit ihr seht wo ich hoffe die Markierungen zeigen euch genau und das Video dass es immer so passt dass ihr das auch findet das Licht hier vorne genau jo würde ich sagen auf zur nächsten Spielkarte jo hier sind wir praktisch schon wieder ein bisschen näher Richtung anderen Flugplatz hier unten auf dem roten Container liegt sie können wir sie schon sehen so haben wir die auch und dann würde ich sagen machen wir mal weiter auf zur nächsten Karte hier habe ich eine Weile besucht muss ich zweimal aufnehmen aber habe es dann letztendlich doch gefunden also er haltet hier davor an springt rein ich zeige es euch gleich mal auf der Karte wo das genau ist direkt hier vorne unterhalb des großen Sees ja direkt hier am Gabelstapler schade dass ich mit dem nicht weiterfahren konnte naja krabbeln wir mal zum nächsten Standort da sind wir schon angekommen das ist hier drinnen in dieser kleinen Halle ziemlich unschönbar ja im Sandy Shores praktisch nehmen wir da mal rein der Blitz sitzt ja schon auf dann haben wir die auch gefunden ja weiter geht es im Programm wollen keine Zeit verlieren ja die nächste ist jetzt hier in diesem Lokal drinnen ich weiß nicht ob einige wussten dass man hier überhaupt rein gehen kann aber man kann man kann plus da drinnen kein Billard oder sonst irgendwas spielen sondern ja halt eine Karte finden das liegt da hinten auf dem Billardtisch ja eignet sich vielleicht ganz gut wenn er mal mit Kumpels oder so ein Foto machen wollt ich habe das Bild als Zamp hier genommen und ja auf geht zur nächsten wir sind in dieser kleinen Siedlung wo die ganzen ähm ach ich komme jetzt nicht auf den Namen wie sie helsen ist halt so ein Volk für sich das ist so rechts neben dem Knast praktisch hier direkt da wo ich markiere ähm da sitzt die Frau hier auf der Treppe und da gehen wir praktisch hoch und dann haben wir sie schon dann würde ich sagen machen wir uns auf ähm zur nächsten Karte und letzten in diesem Video wieder mal wenn ich wie die Zeit vergeht sind wir schon wieder der letzte Spielkarte vielleicht wieder angekommen ja die ist hier vor dem großen Einkaufszentrum da wo die drei Waschmaschinen sind ich markiere euch das jetzt nochmal auf der Karte ob ihr so seht wo ja dann sammeln wir die mal ein mit einer Waschmaschine da ist keine Wäsche drin ja naja dann sind wir durch für heute dann sehen wir uns morgen früh wieder wünsche ich euch einen schönen Tag und bis dann euer Taxi Boruse Tschüss.